So, dann haben wir ein wundervolles Fahrzeug, einer nicht unnamenhaften Marke und das ist schön hintrapiert. Hallo, guten Tag, wer seid ihr? Ja, ich bin der Benni Dutz, komme aus Tübingen, also arbeite und wohne in Tübingen, aber ursprünglich, wie man vielleicht am Kennzeichen erkennen kann, kommen wir beide aus Saalfeld in Thüringen. Okay, okay. Und das Auto habt ihr in den Feriengurten gefunden? Gute Idee, gute Idee, aber nicht ganz, nein, wir haben es in der Nähe von Gotha gekauft. Okay, hallo Christopher, ich komme direkt aus Saalfeld. Und ihr habt von der Rallye gehört, gesehen, auf der Webseite oder irgendwo in Medien? Ich habe von ihm davon gehört, ja, nur oder weniger. Das war mal so eine kleine Schnapsidee, so Silvester, jetzt vorletztes Jahr, da kam er nachts um drei irgendwo durch diverse Umwege da drauf und ich habe das erzählt, und er guckt mich an und denkt, ja gut, dann machen wir das. Machen wir das, ich bin gut. Super.